Hallo, ich bin Steffen Feldkamp, der aktuelle Schülersprecher und somit sind meine Aufgaben jede Woche in die SV-Stunde zu leiten. Wir haben jeden Dienstherr in der 7. Stunde eine SV-Stunde oder Sitzung, wo alle Schüler herzlich eingeladen sind. Somit haben wir eine gute Durchmischung in den Klassen und können uns zu jeglichen Themen eine Meinung aus der Schülerschaft holen. Mit Hilfe unserer SV-Lehrer haben wir auch den Draht zu den Lehrern, die uns immer tatkräftig unterstützen. Und nun zeige ich euch einmal unsere Aktion und den Raum. Hier sehen wir gerade eine Schülerin, die die Nikolaus-Aktion vorbereitet. Dort können die Schüler Herzen für 1 Euro kaufen und wir verteilen diese dann mit Nikolausen an die Schüler weiter. Hier sehen wir auch den Grill, der bei vielen unserer Aktionen immer mitbeteiligt ist. Bei TRG Live sind wir normalerweise auch mit dem Grill vertreten oder bei den Bundesjugenspielen. Wir versuchen einfach als SV und den Schülern wirklich viel Freude zu bereiten. Ich bin Lasse und bilde mit Steffen zusammen das Schülersprecher-Team hier am TRG. Jährlich fahren wir auch auf SV-Fahrt. Dort planen wir Projekte wie Hilfsaktionen, letztens erst unser neues Schullogo oder auch die SV-Stunden. Die Planung setzen wir dann in den SV-Sitzungen über das Jahr verteilt durch. Wir als SV bilden mit den gewählten Vertretern Eintritt der Schulkonferenz. Also wir sitzen dort mit sechs Vertretern, zusammen mit sechs Lehrern und sechs Eltern und können dort über wichtige Entscheidungen tagen, zum Beispiel das Deutem-Konzept gegen die Schulkonferenz oder andere Sachen. Und weil wir eben genau ein Drittel bilden, haben wir auch eine starke Meinung und können uns gut einbringen, um die Interessen, die wir von den Schülern vertreten, auch durchzubringen. Aber auch bei den kleinen Dingen hören wir zu. Haben Schüler Probleme, Verbesserungsverschläge oder ähnliches, schenken wir euch ein offenes Ort, um euch bei euren Problemen zur Seite zu stehen oder die Schüler zu vertreten. Schatten verdi. helium 2 Bis zum nächsten Mal.